Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen uns hier in einem wunderschönen, oder in der Art und Weise hier nochmal ein bisschen ein paar Leute ranzukriegen. Jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube unser Einstellungsprozess ist jetzt beendet. Na, zwei Stunden noch. Gut, wir gucken mal nach Kandidaten. 198 sieht erstmal ganz schlecht aus, den können wir uns erstmal überlassen da oben. Der ist aber ziemlich teuer, ne? Dann nehmen wir den 197er, lassen wir den mal auch noch über hier. Gucken, ob man noch was besseres dabei ist, aber der ist zwar auch teuer, aber immerhin noch ein unkommend billiger 198er. Sehr gut, der hier, ne? Können wir die erstmal alle wegmachen. So, den lassen wir drin. So, und dann geht der Einstellungsprozess noch zwei Stunden. Moment. Mittlere Dringlichkeit. So, ein doller Auftritt. So, Momentchen bitte, wir müssen nochmal ganz kurz gucken. Hier, da. Einstellungsprozess ist gleich beendet. Wir haben nochmal zwei Kandidaten extra gekriegt, die wir noch beurteilen dürfen. Und das sind beide nix, also stellen wir den hier ein. Und setzen den da hin. Geld gucken, ja. Alles erforschen, bestätigen, das machen. So, fortarbeiten. So. Jetzt nicht krank gemeldet, dafür kann ich jetzt noch auch nichts. Dann haben wir auch nicht mehr allzu viel Geld für Währung, aber wir werden trotzdem hier im Marketing den Tau hier raushauen. Weiß gar nicht, ob ich noch ein Tausender Plus mache jetzt momentan oder nicht. Könnte knapp sein, ne? Könnte echt knapp sein. Dadurch, dass wir jetzt ein paar mehr Leute haben hier. So, der nächste Auftrag ist übrigens dafür da, dass wir die hier noch ein bisschen ausbilden. Und hier beim Shop sind wir jetzt an der Grenze. Mehr geht nicht. Ah, da habe ich gerade Marketing reingesteckt, ne? War super. Warum habe ich denn das gemacht? Gut. Dann machen wir StudiVZ auf 200.000 Leute. Leute. So, du machst virtuelle Hardware hoffentlich. So, ich versuche es jetzt nur um. Ein Auftrag. Hohe Dringlichkeit. 49.000 können wir damit verdienen. Wir können ihn direkt bedienen, also sofort bezahlen. Alter, wir können mit dem Preis noch hochgehen. Guck mal, die gehen alle auf über 600 momentan. Ausgeliefert. So, okay. Und da haben wir ja gesagt, wenn der nächste Auftrag kommt, stellen wir noch ein paar Leute ein. Und zwar hier zwei. Und den dazugehörigen Manager. Und dann können wir ihn ja immer durchlaufen lassen. Und dann kann man hier nicht richtig mal ein bisschen was einstellen. Und mal gucken, wie das geht. So, warte mal. Ich wollte noch einen Spruch kaufen. So. Dann noch einen. Und noch einen. So. Anforderung nicht erfüllt. Ja. Du machst das jetzt auch nicht mehr. Du gehst jetzt mal auf Backend-Komponenten. Auch die Anforderung nicht erfüllt. Weil hier keiner mehr Backend-Komponenten programmiert. Die haben wir alle aufgebraucht. Okay, dann müssen die beiden neuen jetzt erst mal Training unterbrechen. Und bei den Backend-Komponenten erst mal mit reinhalten. Gut. Anforderung nicht erfüllt. Anforderung nicht erfüllt. Z-Maschine starten. Gut. Dann versuchen wir es erst mal mit den Managern. Weil die hier. Sonst blinkt es hier noch eine Stunde lang weiter. Wir brauchen Manager-Einstellungsprozess. Und zwar wollen wir ganz gerne Manager haben. Äh, ja. Suchen wir uns da mal ein paar. Studi 4Z. Da können wir bei Marketing noch mal ein bisschen was tun. Beim Hosting können wir hier noch mal eine Instanz hinzufügen. Firewalls brauchen wir jetzt. Macht auch in einer Firewalls gerade. Nein. Du hast schon sechs Betriebssysteme wieder gemacht. Dann warten wir mal, bis du fertig bist. Hier haben wir einen Auftrag. Geringe Dringlichkeit. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Ähm. Der Manager achten wir aber auch wirklich drauf. Das war richtig gut. Ah. Teuer. 1.000 Dollar. Das ist so ein guter Gehalt. Der ist mir eigentlich zu teuer, ne? Also ausbilden tue ich es mir lieber gerne selber. Und 200 oder 5.000. Hm. Der hat jetzt zwar gleich schon 117%. Aber hey. Wenn ich 2.000 Dollar weniger bezahle. Weil er 87% hat. Das ist ein 600 Dollar Unterschied. Und er kann sogar mehr. 5.000 Manager einstellen. Ja, ja. Die sind auch teuer, oder? Ah. Da flitz ich schon mal raus. Momentan steht der Kandidat auch an der Spitze. Als das, was wir eventuell uns bieten lassen können. So. Du bist zur Untätigkeit verdammt. Das möchten wir natürlich dann beheben. Da ist er noch. Untätig. Untätig. Ähm. Machen wir das. Noch irgendwas hier merkwürdig untätig? Nein. Dann. Kandidaten. Äh. Nein. 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 Da ist nichts besonders dabei. Ah. Der ist teuer. Der ist echt teuer. Aber gut. So. Du gehst dann auch erst mal das Training. Mitarbeiter. Du kriegst dabei den Anfänger. Den Anfänger. Den Anfänger. Den Anfänger erst mal. Und das dann produzieren. UI-Komponenten. Bitte bis immer. Ähm. 20 da sind. Backend-Komponenten. 20. Netzwerk-Komponenten. Von mir aus. 50 erst mal. Datei-System-Komponenten. 20. Datenbank-Komponenten. 20. Verschlüsselungskomponente. Einfach nur damit wir sie haben. Falls wir sie mal verkaufen können. So. Oder brauchen. So wird das erst mal eingestellt. Und dann. Gucken wir mal was er mit den drei Mitarbeitern macht. Den er jetzt ja schon einen kleinen Bonus übermittelt. Nebenbei trainiert er. Okay. Dann Studi-Vozit. Achso. Da ist noch Marketing aktiv. Wir machen mal die Zeit wieder an. Und so. Bis morgen früh noch ein Manager für die Jungs hier. Äh. Abgelehnt. Und hier unten wird Nutella Hardware und Firewalls werden jetzt hergestellt. Naja. Brauchen unbedingt. Also auch. Ah ja. Jetzt kann ich mal Sachen. So. Die tausend stecken wir da mal mit rein. Aber schon wieder 29.000 haben wir einen Auftrag zwischendurch gemacht. Also wo so viel Geld herkommt. Ähm. Wir wollen später übrigens natürlich dann an der Börse die Leute aufkaufen. Alle, ne? Wir wollen ja die Feinde übernehmen dann. Wir müssen ja bloß die möglichen oder nötigen Platz dafür schaffen. So. Mal gucken, ob da schon ein schöner dabei ist. Äh. Ja. Fast schön. Hm. Das ist fast schön. Aber wenn ich jetzt so den 5000, der kriegt er bei jeder Steigerung, die er kriegt durch sein Training 3000 mehr, dann ist er ja mit Öfdrohmer hier ganz schön teuer am Tag, ne? Ende im Monat. So. Gucken wir doch mal was. Haben wir doch schönes gekriegt hier. Haben wir da noch was Gutes dabei? Erstmal so nicht. Vielleicht eher der Letzte, der überbleibt? Nee, weg. Dann holen wir uns lieber noch ein paar neue. Momentan kommt man so ganz gut klar. Wir müssen sowieso mal gucken, was wir... Oh, oh. Dringlichkeit. Oh. 50.000 können wir verdienen. Oh, ja. Machen wir glatt. Schließen. Vertriebsleiter. Abgeben. Ja. Wieder 50.000 mehr auf der hohen Kante. Sehr gut. Das können wir hier sehr gut investieren. Und zwar machen wir dann hier mal Marketing. 70. Oh. Das volle Geld jetzt rausgeschmissen. Also mit beiden Händen. Und so viel kann ich gar nicht mehr, ne? Ich bin aber bei 210.000 zu Schluss. Ah, fuck. Was mache ich denn? Na gut. Dann ist das mindestens voll. Und dann wird es mich jetzt sieben Tage lang nerven. Ja, dann breche ich das Marketing ab. Ah. Das krieg ich dann einen Tag voll. Oh Gott, nein. Ich kann ja hier nichts machen. Ich kann hier kein neues Feature. Es geht nicht mehr. Es geht hier nichts mehr zu verbessern. Es geht hier nur noch... Es geht nur noch zu optimieren. Scheiße. 60.000 weggeschmissen. Fuck. Oh, das muss ich erst mal... Da muss ich erst mal drauf klarkommen, dass ich das gerade gemacht habe. Oh, oh, oh. Da habe ich nicht darauf geachtet, wann das Ziel erreicht ist. Das ist so lange es erreicht hier. So eine Aktion hätte ich hier machen können. Ah. Die Installation dieser Software da drauf, damit meine Server ein bisschen entlastet werden. Das wäre schon genau das gewesen, was man dann hätte machen können damit. Ach, jetzt habe ich die ganzen Manager verpasst hier. Die ganzen Kandidaten. Da hast du noch keine guten dabei. Ach Mann. Jetzt macht er aber Fehler hier. Gar nicht gut. Gar nicht. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut. Aber er macht hier schon mal auch fleißig Backend-Komponenten usw., dass das nicht weiterläuft. Speichermodule brauche ich die denn noch? Muss ich mal gucken hier. Ich brauche die eigentlich maximal. So, hier sind wir durch erstmal bis 10%. Dann hier sind wir durch. Also das kann ich nicht besser, das kriege ich nicht mehr darunter. 3,08. Gut. Gut, okay. Dann ist es dann halt so. So Sea Games Tube, da kann ich auf jeden Fall bei der Feature-Liste noch was machen. Und zwar kann ich hier noch verbessern. Naja, einmal. Ja, wie fehlt mir das dann auch? Gut, ähm. Mitarbeiter angucken. 197 ist ganz, aber ganz knapp. Der ist viel zu teuer. 6.000 für 197. Ich gehe mir nicht aus. Muss ich hier 1.000 Mal die Manager wieder einstellen, weil ich keine 200er mehr kriege. Ist das ärgerlich. Alter, die 60.000 nicht da weg? Ah, nein. Das habe ich letztes Mal, ich habe auch so einen Bock geschossen, ne? Hm. Da freust du dich, dass du einen 50.000 Dollar Auftrag hast, verkaufst einen Haufen von deinem, deinem Tafelsilber und dann machst du sowas. Das ist doch bitter. Warum ist er denn so trottelig? Das ist ja echt bitter. Warum tut er denn sowas? Hier mal ein. Eingestellt. Abbrechen brauchen wir nicht mehr. Beginne Training. So, Mitarbeiter, du bekommst die blauen Unterleg und mastern. Bis da 10 von da sind. Bis da 10 von da sind. Bis da 20 von da sind. Bis da 10 von da sind. Und bis da 10 von da sind. Authentifizierungsmodul master einfach mal 5. Dann sind die jetzt hier alle ganz gut beschäftigt. Ich sage es nur, ob der mitkriegt, wenn die Vorstände oder die Dings nicht da sind, ne? Nochmal alle weg. So, du verwaltest drei Mitarbeiter. Das heißt, dich können wir jetzt verbessern. Ups. Ist das jetzt instant Geld? Ich glaube nicht. Das ist nicht verbessern. Bestätigen. Training. Mitarbeiter. Und dann kriegst du jetzt noch dazu. Dann, dann. Na gut. So, Austin. Ja, ist Austin. Austin mit Comic macht hier dran rum. Okay, wir können, der geht dann, 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 dann haben wir hier geringe Dringlichkeiten. Nein, dann können wir hier nochmal Marketing, Taui reinhauen, Hosting. Können wir auf jeden Fall hier mal ein, zwei Instanzen hinzufügen. Dann machen wir noch eine dritte. Glaube ich nötig. Und dann gucken wir mal hier, was haben wir genügend? Das haben wir eigentlich genügend. Dann gehst du erst mal auf Betriebssysteme. Nein, oder du machst Pause. Alles klar. Dann müssen wir bloß drauf achten, dass der denn demnächst ohne Beschäftigung ist. So. Ja, der trainiert noch. Das hat dann, der hat, der hat, ja, den Personala stellen wir dann noch ein, damit hier alle rennen, So ein bisschen, also zumindest im Team quasi, mal was haben. So, dann wurde aber auch mehrfach ein Whiteboard gefordert. Das können wir ja mal einfach sagen, stellen wir mal da auf. Das soll, bringt ja bei einigen Leuten was. Und, ja, du hast einen guten Aufwand, mittlere Dringlichkeit. Nein, danke. So, wir haben keine Beckenmodule. Ihr macht Eingangemodule ohne Ende. So, dann können wir ja noch mal hier gucken, bei dem, das verbessern. Können wir noch mal ein bisschen die Auslastung reduzieren. Wir brauchen nicht unbedingt Beckenmodule. Naja, gut. So, hier haben wir zwei, die ein bisschen mies drauf sind. Uh, was war das? So, krank gemeldet, macht ein anderes Geräusch. Kann sein. Na gut, hat sich krank gemeldet. Der war auch mies drauf. Verschlüsselungskomponenten macht ihr jetzt hier gerade, weil wir ansonsten vom Inventar her alles das haben, was uns wieder vorspäht, ne? So, hier haben wir eine Nachricht gekriegt, Investmentangebot. Jetzt möchte er schon 87 für 5% sind. Ja, ne. Aber, ne, sie bieten schon 87.000 für 5%. Das ist schon mal, wir sind natürlich mehr in der Ruhrdringlichkeit. Das Angebot gehen wir mal ab. Können wir auch direkt bedienen dann. So. Bräuchte Geld vom Investor nicht. Hab ich schon noch. So. Gut. Dann, äh, gehen wir mal in die, in den Einstellungsprozess für leitende Entwickler. Drei Tage. Komm. Her damit. Und, äh, ihr kriegt marketingtechnisch jetzt hier nochmal so richtig einer auf den Bödel. Für 30.000 gebe ich nochmal raus ins Marketing. Stehtmaschine starten. So. Gut. Und dann gucken wir mal an, ob wir da ein paar schöne finden. Nein, nein, nein. Ei, ei, ei. Jetzt können wir erst mal wieder viele mit, viele Bewerbungen einfach nehmen und sagen, ne, du, also, danke für ihr Interesse an unserem Unternehmen, aber wir sind an anderen Leuten interessiert. Das, was man ja auch bei uns am häufigsten kriegt, wenn man, äh, ach so, hier können wir ja nochmal einmal den, komm, den 1.000, den hau ich mal raus da, dass, 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 dann müssen wir natürlich dann irgendwann mal anfangen. Oh, Dringlichkeit. Sehr gut. Die nächsten 50.000 sind unsere. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir 60.000. Ah, aber dann könnte man hier schon mal die Software verbessern. Wir müssen das, bei StudioVZ würde ich das sogar schon vorschlagen, dass wir das machen, dass wir da auf die andere Software gehen. Wir haben dann trotzdem bloß drei, äh, Features, aber, ich sag mal, unser nächstes Zubik für Team Games TV beziehungsweise dann auch der Shop, weil wir da nennen, äh, Level 2 Feature, das schon haben können. So, die Kandidaten sind alles tot. Perfekt damit. Schreibmaschine starten. Gucken wir mal. Da haben wir einen, oh. Sehr teuer. Aber erst 200, ne? Ach, komm. Er ist zwar sehr, sehr teuer, aber kann ich mal machen momentan. Kann ich mal machen. Äh, cleaning. Ganz dann alles. Äh, mittlere. Hier kann man keine neuen Investoren, da sind wir nämlich auch an der Grenze dran. Wenn wir das hier auch haben, dann müssen wir uns dann zusehen, dass wir die Leute dann teurer machen. Also, dass wir die dann alle ausbilden oder ausgebildet haben. Soweit, dass sie dann die nächsten Komponenten auch machen können. Und dann müssen wir dem Manager natürlich sagen, dass sie das, äh, bearbeiten können. So, was ist hier los? Da haben wir nochmal zwei neue Bewerber. Ist denn die Einstandsprozesse? Ne, 24 Stunden geht er noch. Er hat bestimmt nicht an. Gut. Achso, du bist untätig. Ach Gott, der ist bestimmt schon die ganze Zeit untätig. Wollte er immer... Äh, so, hier können wir noch 10.000 neue Investoren, aber das Marketing geht, glaube ich, lange genug noch, ne? Das dürfte sich ganz knapp vielleicht ausgehen, so, ne? Also nochmal ein Tau hinterher schieben müssen oder so. So. Ne, 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 ne. Da unten ist nochmal ein 200er eingestellt. Oh Mann, ich habe den anderen nicht schon 7.000 Euro das hätte, aber... Nur reingesteckt, ne? Mal ganz kurz, was kostet der mich? 6.000 kostet der. Egal. Der ist einfach zu teuer. Egal, die 7.000, die, die... Der kostet 6.000 pro Monat und den, den, den ich jetzt einstelle, der kostet ein Tau weniger. Das habe ich in... In 7 Monaten habe ich das Geld hier drin. Das ist okay. Gut, vielleicht hat der weniger Potenzial, ne? Nein, egal. Eingestellt ist er jetzt auf jeden Fall. Mal gucken, habe ich das Geld dafür? Okay, ja. Oh ja. So, 27.000, aber... nehme ich gerne an. So, gut. Verschließen unsere Komponente, wo ist ein bisschen mies drauf hier. Komm, mach mal einen Tag Urlaub. Wie gesagt, 70%. 50% ist schon hart, ne? So, und wie lange geht hier euer Marketing noch? Noch eine Stunde? Das ist echt ganz knapp, ganz knapp davor. Na? Ah, fängt auch an zu blinken. Über drei mehr als da, aber naja, gut. Gut. Wir sind bei allen an den Grenzen angestoßen. Wir müssen jetzt, äh... Ja. Gucken, dass wir das überall hinkriegen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie weit das hier überall mit den... mit der... Ob das alles schon bei 10% ist? Jo. Jo. Gut. Dann... Äh, nee. Nee. Ganze Seite schließen hier. Da müssen wir aus SeaGames TV mal gucken, bei den Features. Verbessern. Oh, jetzt mal irgendwas... Hab ich natürlich nicht gesehen. Gut, hier können wir dann erstmal auf 10% gehen und wir müssen dann mal unsere Grafikkante umstellen, dass die nicht weiterhin Grafikkomponenten macht, sondern dass die mal hier vorne Vorlagenkomponenten macht. Gut. Zeit läuft. Gut. Das soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Äh, sie hat ein neues Angebot mit geringer Dringlichkeit. Das legen wir nochmal ab. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge von Startup Company. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis denn. Tschüss.